Ja, wir sind Muslime, und wir sind gerecht. Und wir sind nicht Leute, die etwas tun, was unislamisch ist. Und deswegen, ja, all diejenigen, und ich spreche zu ihnen harte Worte, die bei Demos Autos einschlagen und Molotow-Cocktails auf Gebäude werfen, Wallahi, ihr werdet vor Allah zur Rechenschaft gezogen. Ist das recht, was sie machen? Nein. Nein, wenn du zu Demos hingehst, ich habe dir gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man das macht, aber wenn du hingehst, dann richtest du keinen Schaden an. Was kann Max Müller dafür mit diesem Problem, dass du sein Auto zerstörst? Nein, und dann werfen sie Steine auf die Polizisten. Wer hat uns so etwas beigebracht? Wer hat uns so etwas beigebracht? Dadurch werden wir nicht akzeptiert werden. Ich meine mit akzeptiert, ihr wisst, was ich meine. Diese Akzeptanz werden wir sowieso nicht bekommen, aber das heißt nicht, dass wir ungerecht sein dürfen. Musik Musik ...